Du könntest hier sitzen und trotzdem in London sein. Amen. Du sitzt hier und träumst von BMW oder Porsche. Du könntest denken, dass es dieses Ort ist, das ist real. Aber was real ist, ist, wo du in der Mitte bist. Es ist da, wo du bist, in deiner Innern. Amen. Halleluja. Amen. Wir sprachen über die Tatsache, dass Christus in uns, viele Menschen haben das nicht begriffen. Christus ist das Wort Gottes. Christus ist die Gedanken Gottes. Christus ist das Ebenbild Gottes. Gott hat dir und mir ein Werkzeug gegeben. Und dieses Werkzeug ist grenzenlos. Und dieses Werkzeug heißt deine Vorstellung. Amen. Deine Vorstellung. Welches Bild von deiner selbst trägst du in dir drin? Genau dieses Bild ist der Same, was deinen Garten hervorbringt. Was deinen Wald in dir drin hervorbringt. Und in diesem Wald lebst du. Amen. 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 Amen.